Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Alles steht Kopf von Pete Docter. Bei solch einem aufgekratzten und schrillen Pixar-Film sollten wir ganz sachlich und nüchtern bleiben, denn die Angelegenheit ist ernst und es wäre nicht falsch, Alles steht Kopf als einen gefährlichen Film zu bezeichnen, sowie für Kinder als auch für Erwachsene. Was so bunt, süß und lieblich daherkommt, ist nur der trügerische Anstrich. Kratzt man ein bisschen an der Oberfläche, blickt man auf eine hochproblematische Ideologie. Aber der Reihe nach. Der Film erzählt die Geschichte einer Familie. Vater, Mutter und die elfjährige Tochter Riley leben glücklich zusammen, das soziale Umfeld in Minnesota stimmt. Doch aus beruflichen Gründen muss die Familie umziehen. Na klar, nach Kalifornien. Was der Vater arbeitet, das bleibt unklar. Irgendetwas mit Immobilien, er hat auf jeden Fall neoliberale Vorgesetzte. Für die Familie bleibt dann wenig Zeit. Verstärkt wird Rileys Einsamkeit dann noch dadurch, dass sie sehr empathielose Klassenkameraden hat. Solche Geschichten haben wir schon hundertmal gesehen. Neu ist aber, dass sich ein Großteil des Films in Rileys Kopf abspielt. Im Kopf bzw. im Gehirn arbeiten tüchtige Männlein, die Rileys Gefühlshaushalt regeln, ihre Entscheidungen treffen, ihre Träume produzieren und die Fantasien in ihr wecken. Es ist sozusagen eine Kommandobrücke, auf der diese kleinen Männlein agieren. Die Männlein haben auch einzelne Funktionen. Eines ist zuständig für Kummer, ein anderes für Freude, Angst, Wut und Ekel. Sie lenken Rileys Geschicke. Der Plot ist ganz simpel. Riley soll nicht länger traurig sein und so setzt Freude alles daran, Riley wieder froh zu machen. Traurig wird darüber nur der vernünftige Zuschauer. In Alles steht Kopf wird ein neurowissenschaftlicher Reduktionismus propagiert. Riley ist an keiner Stelle des Films Herrin im eigenen Hause. Dass so etwas wie ein freier Wille existieren könnte, wird total negiert. Ja, es wird nicht einmal angedacht. Aus dem Film spricht ein völliger Determinismus. Alles, was Riley denkt, fühlt und tut, wird von den kleinen Männlein im Kopf bestimmt. Im Prinzip hat Riley kein Ich im Sinne eines Selbstbewusstseins. Dieses mechanistische Weltbild ist erschütternd und wird bis zum Ende und ohne Ausnahme durchexerziert. Soll Riley lachen, bedient Freude die entsprechenden Knöpfe. Soll sie weinen, steht Kummer schon zur Stelle. Interessant ist die Darstellung des Innern des Gehirns. Es sieht überhaupt nicht aus, wie wir uns ein Gehirn vorstellen, wenn man ein Gehirn sezieren würde. Das Gehirn ist völlig clean. Man denkt an eine Kommandobrücke, an ein Großraumbüro und an einen Flugtower. Der Ort für die Langzeiterinnerung, sieht aus wie ein Rechenzentrum. In Zukunft will man ja das Digitale und das Neuronale miteinander verschalten. Der Mensch wird steuerbar, beziehungsweise durch künstliche Intelligenz wird er gleich abgeschafft. Die Kriege der Zukunft werden auch Neuronale und Digitale sein. Auf diesen Fortschritt, der in Wahrheit ein Rückschritt ist, bietet uns der Film einen süßlichen Vorgeschmack. Auch äußere Einflüsse spielen nur eine untergeordnete Rolle. Gesteuert wird alles an den Hebeln und Knöpfen in der neuronalen Schaltzentrale. Rileys Ich wird justiert wie die Figur eines Computerspiels. Produziert werden die Stimmungen des Ichs wie bei der Einnahme von Psychopharmaka. Und hier ist der Film inkonsequent, denn er denkt nicht einmal daran, Rileys Gefühlshaushalt einfach mit Psychopharmaka zu regeln. Das wäre einfach, pragmatisch und würde funktionieren. Mit der Neurowissenschaft im Rücken will der Film suggerieren, dass er ganz vernünftig ist. Doch eben das ist er nicht. Die Vernunft schlägt hier in einen Primitivismus um, bei dem der Mensch wahlweise zum Affen oder zur Maschine degradiert wird. Unfreiwillig entlarvend ist, dass der Vater seine Tochter Riley oft Äffchen nennt und sie darauf mit äffischen Lauten und Bewegungen antwortet. Die Transparenz ist enorm des Films, doch sie funktioniert dennoch. Man sieht eigentlich ganz klar diese Ideologie, aber durch dieses ganze Setting, durch all dieses Knallbunte wird man immer wieder darüber hinweggetäuscht. Unvernünftig ist der Film, weil er die Prozesse im Hirn verkitscht. Alles ist süß und dabei eine Kausalität behauptet, die jedem vernünftigen Naturwissenschaftler unwürdig wäre. Ein simples Reizreaktionsschema soll alles erklären. Wie sich Riley vor Brokkoli ekelt, so schlicht ist auch ihr Grund zur Freude. Wir sehen hier die Silicon Valley-Ideologie des Solutionismus in ihrer neuronalen Variante. Gibt es irgendein Problem, kann das mit der richtigen Anwendung im Nu gelöst werden. Dass Traurigkeit unendlich vielschichtig sein kann, beispielsweise als Melancholie, lässt der Film an keiner Stelle zu. Wie ein binäres System kennt dieser Film nur Null und Eins. Interessant ist hier die Funktion von Kummer. Ihr Handeln soll für Rileys Traurigkeit verantwortlich sein. An einem Punkt will Freude Kummer dann ganz loswerden, damit Riley nie wieder auf einen pessimistischen Gedanken kommt. Denn wie im Silicon Valley muss man immer, immer, immer optimistisch sein. Das bekommt der Zuschauer geradezu eingehämmert. Als Freude mit ihrem Plan scheitert, holt sie Kummer zurück, weil sie erkennt, dass Kummer nützlich sein kann. Wenn Riley durch Kummer weinen kann, werden die Eltern merken, was los ist, Riley wieder in die Arme schließen und Riley wird wieder glücklich sein. Diese Wendung in der Geschichte ist besonders perfide. Zuvor war Kummer die einzige verbleibende kritische Instanz bei all diesem Optimismuswahn. Kummer verkörperte eine Negation zu diesem lauten Optimismus. Doch jetzt wird diese Negation auch noch funktionalisiert. Selbst Kummer wird nun inkludiert und positiv gewendet. Auch die Negation wird geschluckt und ins Positive verkehrt. Die Frankfurter Schule sah in dem Beharren auf Negation die einzige Möglichkeit, dem Regime der Kulturindustrie, des Scientismus etwas entgegenzusetzen. Auch diese Möglichkeit ist nun dahin. Jede Kritik am System wird nun produktiv vom System genutzt. Zugleich wird aber in diesem Film, und das ist ganz gemäß der Disney-Ideologie, die Kleinfamilie mit allem zur Verfügung stehenden Kitsch ständig propagiert. Die Kleinfamilie ist das Ideal, danach muss ich alles ausrichten. Hier schreckt der Film aber vor seiner eigenen Logik zurück. Die Kleinfamilie wird als Ideologie kein einziges Mal hinterfragt. Dabei erlebt sie ja gerade eine Kränkung durch diesen Reduktionismus. Warum all der Kitsch um Familie, Liebe, Zärtlichkeit füreinander da sein? Eigentlich müsste der Film sagen, Riley, das sind nur deine biologischen Erzeuger. Es gibt genetische Ähnlichkeiten. Die frühkindliche Prägung sorgt für euren Zusammenhalt. Der Film müsste eine rein pragmatische und biologistische Auffassung von Familie vertreten und tut exakt das Gegenteil. Er unterscheidet sich hier von den früheren Disney-Filmen in keiner Weise. Die einfältige Weltanschauung bringt auch einen einfältigen Film hervor. Die Macher des Films verfahren mit dem Zuschauer wie die kleinen Männlein in Riley's Kopf. Sie steuern die Emotionen des Zuschauers nach einem ebenso billigen Reizreaktionsschema. Das Kino verkommt zu einem riesigen Steuerungsapparat über unsere Gefühle. Der Zuschauer ist im Kino ausgeliefert wie ein Versuchskaninchen. Man kann hier eigentlich schon im Kino erproben, was uns Bürgern in Zukunft drohen wird, wenn das Neuronale und das Digitale verbunden sind und dann von den Herrschenden eingesetzt wird gegen uns. Auch dem Kino selbst wird direkt Referenz erwiesen. Nämlich die Träume von Riley werden natürlich in einer Traumfabrik à la Hollywood produziert. Dieser Einfallsreichtum der Macher, der ist schon beachtlich, aber zugleich heimtückisch. Die, die die richtigen Knöpfe und Hebel zu bedienen vermögen, die haben eben die Macht über den Zuschauer. Riley und die Zuschauer dürfen selbst nicht denken. Sie sind total ausgeliefert. Das heißt, sie schauen nur, aber sie sehen nicht.